Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Smaragd Plus Bundle von Green. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Smaragd Plus von Green, das Ganze am 8. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Vor nicht allzu langer Zeit und zwar im Juni diesen Jahres ist dieses Album hier erschienen, Smaragd von Green. Dazu habe ich euch ja die Vinyl und auch die Box vorgestellt. Und jetzt, ein paar Monate später, ist es an der Zeit für die Erweiterung dieses Albums und zwar nennt sich das Green, also Smaragd Plus von Green. Jetzt eben im November erschienen, also knapp fünf Monate nach dem ursprünglichen Release. Wir haben hier keine Box und auch keine Vinyl, aber dafür haben wir ein Bundle. Dieses besteht aus einem USB-Stick. Dann haben wir hier eine Gym Bag, also einen Turnbeutel und ein T-Shirt. Jawohl, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen, nachdem hier wirklich alle drei Gegenstände in Folie sind. Werden wir die hier mal jeweils rausholen. Einmal. Einmal. Okay. Zweimal. Zweimal. Dreimal. So, also wir starten in diesem Fall mit dem USB-Stick. Der sieht so aus. Wir haben hier einen Echtholz USB-Stick. Also die Hülle, in der sich der befindet, ist aus Holz, aus Echtholz. Hier oben, das Ganze ist dann abnehmbar, lesen wir Green. Darunter dann greenmusic.de. Dann haben wir hier das Logo, das wir schon von Smaragd kennen, auf der Rückseite. Ebenso. Das Ganze kommt dann hier mit so einem Lederband. Das ist entsprechend zugeknüpft und kann um den Hals getragen werden oder irgendwo, je nachdem, wo man das anhängen möchte. Hier der Deckel ist abnehmbar und dann kommt der USB-Stick zum Vorschein. Auf diesem USB-Stick befinden sich mehrere Sachen. Also zum einen ist dieser USB-Stick 32 GB groß. Also die Kapazität 32 GB. Und wir haben auf diesem USB-Stick einmal Smaragd Plus, 8 Tracks. Und dann haben wir das reguläre Album Smaragd, 12 Tracks. Und wir haben das Ganze einerseits natürlich, wie anzunehmen, in der MP3-Variante, die 20 Tracks. Aber zusätzlich dazu haben wir auch noch sowohl Smaragd als auch Smaragd Plus in der Waveform. Also in den deutlich größeren und entsprechend fürs Ohr oder für den Sound besseren Varianten. Also sowohl Smaragd als auch Smaragd Plus, sowohl als MP3 als auch im Waveformat hier mit drauf. Dann haben wir den Gym Bag. Der kommt in grün, passend zum E-Interpreten. Wir lesen hier Green Smaragd. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Die Innenseite ist blank grün. Wir haben dann auf der linken und auf der rechten Seite jeweils diese Stoffbänder hier. Die sind so beige-hellbraun. Das Ganze ist dann hier unten einmal verknotet, jeweils an den Ecken. Und oben kann man das dann natürlich zuziehen entsprechend. Und dann schauen wir noch mal kurz hinein, ob wir hier vielleicht irgendwo einen Zettel finden. So, wir haben es hier zu tun mit Westford Mill, einem W110, ethically produced chlorine free. Okay. Und das Ganze ist Beachfield Brands, 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Ja, da steht zumindest United Kingdom. Grüße gehen raus. So, und als letzten Bundleinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar sieht das so aus. Das Shirt ist in schwarz. So, wir haben hier ein schwarzes Shirt. Auf der linken Brust haben wir einmal wieder das Smaragd-Logo plus den Schriftzug darunter in grün und weiß. Hier unten am Bund haben wir dann auch noch mal einen Aufnäher mit Green. Senkrecht hier der Schriftzug. Auf der Rückseite haben wir hier nichts weiter. Also das Shirt von hinten glatt in schwarz. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit Größe M. Die Größe war bei diesem Bundle frei wählbar. Also S, M, L, XL und XXL hat es alles zur Auswahl gegeben. Ich habe mich in diesem Fall für M entschieden. Hier sehen wir, dass Green auch noch mal innen vernäht ist. So, und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Continental Shirt. Responsibly sourced brands who care. Okay. Fairwear Foundation. Das ist schon mal gut. 100% Baumwolle. Und das ist in diesem Fall, hier lesen wir es, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen. Was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in schwarz in der Größe M. Wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Dann haben wir diesen Tourenbeutel hier in grün. So sieht er aus. Und natürlich den USB-Stick mit 32 GB inklusive Album Smaragd, inklusive Smaragd Plus, beides in MP3 und in Waveform. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Smaragd Plus in irgendeiner Weise auch physisch dabei gewesen wäre. Von mir aus auch nur in einer Papphülle. Am besten natürlich in einem Joule Case. Aber ja, ist in diesem Fall hier digital auf diesem USB-Stick hier verarbeitet worden. Und somit keine physische Variante. Ich finde das Bundle trotzdem gelungen. Ja, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise dem Bundle. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Green unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.